Die DHV News vom 30. September 2022 Tabakindustrie will in Deutschland Gras verkaufen NRW-Polizei hat massives Hirnproblem Herzlich Willkommen bei den DHV News Ganz mal kurz vorweg, am Ende sind ja immer viele schon weg Liked dieses Video vielleicht schon mal, wenn ihr eh wisst, wird euch gefallen Und abonniert diesen Kanal, falls ihr da immer schon mal drüber nachgedacht habt Und es immer vergessen habt, eben Pause drücken, eben Abo abschließen und weiter gucken Ein Hinweis zu letzter Woche, wir haben ja mein Kunstwerk versteigert Manche haben das vielleicht mitgekriegt, eine Live-Sendung mit meinem Trostpflaster Bild, was ich für euch gemalt hatte, weil davor die Sendung ausgefallen war Und da war die Nachfrage so groß, die Begeisterung über meine Kunst so groß Dass wir es tatsächlich versteigert haben, letzte Woche in einem Livestream Der ist nicht mehr online, könnt ihr nicht mehr gucken Aber das Ergebnis soll ich euch nicht vorenthalten und mich nochmal bedanken Bei der Person, die dieses Bild für 420 Euro ersteigert hat Schöne Zahl ist tatsächlich angekommen, das Geld bei uns wird natürlich für die Legalisierung Aufgewandt, ja in unserem Budget sozusagen Geht natürlich nicht an mich persönlich, ich habe selber also auch meine Kunst gespendet Ja und von daher Win-Win für alle Jemand, der sich über ein neues Kunstwerk an der Wand freut Und gut für die Legalisierung Wer es nicht geschafft hat, das Bild zu ersteigern Auch gerne was tun will, auch finanziell uns unterstützen will Möge mal schauen auf handverband.de Unterstützen, da kann man Fördermitglied werden Für einen überschaubaren Jahresbeitrag Die Legalisierung unterstützen Denn wir haben den Kampf noch nicht gewonnen Ja, noch ist es nicht so weit Wir brauchen noch Support und Legalize Power Jetzt zwei Video Hinweise noch Und zwar einmal ein Vortrag von Florian Rister, Kollege hier beim Handverband Hier auf dem Kanal Zum Thema global, legal, Cannabis weltweit auf dem Vormarsch Das war ein Vortrag, den auch der Mary Jane gehalten hat Und so ähnlich inhaltlich auch nochmal auf der Cannafair in Düsseldorf Deswegen haben wir auch ein bisschen gewartet, bis wir das online gestellt haben, das Video Aber jetzt ist es da, können euch alle angucken Und dann haben wir wieder unsere Wahlwerbung Auch hier im Kanal veröffentlicht Zu Niedersachsen diesmal Wieder unsere Message Die CDU will die Legalisierung im Bundesrat verhindern Geht wählen, verhindert die CDU Und wir haben gar nicht so schlechte Chancen Es sieht gut aus nach den Wahlumfragen im Moment Das kann gut sein, dass es tatsächlich gelingt Die CDU aus der Landesregierung in Niedersachsen rauszuwerfen Eine andere Regierung dann da kommt, zum Beispiel Rot-Grün Oder auch eine Ampel ist auch denkbar Jedenfalls, dann wäre die CDU nicht mehr in Niedersachsen drin Und könnte Niedersachsen nicht mehr davon abhalten Für die Legalisierung zu stimmen Und dann wäre nur noch Hessen übrig im Herbst nächstes Jahr Dann wäre der Weg tatsächlich auf die Art noch freizukriegen Also vielleicht wird das die einfache Lösung Durch den Bundesrat für die Legalisierung Aber dann müsst ihr wählen gehen, wenn ihr nicht wählen geht Am Ende ist doch die CDU mit dabei in Niedersachsen Dann ärgern wir uns alle wie bekloppt am Ende Weil ihr nicht wählen wart Wir haben auch die Wahlanalyse Nochmal hier in die Videobeschreibung gepackt Die wir ja letzte Woche schon veröffentlicht hatten Wo ihr nochmal gucken könnt Welche Partei wie tickt in Sachen Cannabis-Legalisierung Dann habe ich eine kurze Zusammenfassung Der Ausschussreise Der Abgeordneten des Gesundheitsausschusses nach Kanada und nach Kalifornien Wo die sich angeschaut haben Wie die Legalisierung da funktioniert Nicht alle Abgeordnete, aber ein paar waren dabei Und die meisten von denen haben sich jetzt irgendwie dazu geäußert Mittlerweile Berichte verfasst, wie auch immer Da werde ich mal kurz einen Überblick geben Und ob das auch alles verlinkt können Könnt ihr euch auch nochmal angucken Und ich fange an mit Kirsten Kapat-Gonther Die hat nämlich ein Interview im Ärzteblatt gegeben Das ist auch so mit Medien das ausführlichste Stück, was man findet Und Kirsten Kapat-Gonther ist ja auch Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Und überhaupt seit Jahren am Thema dran Und auch inhaltlich versiert unterwegs Und sie sagt eben so als ihr Fazit Erstmal, dass die Legalisierung in beiden Ländern Als Erfolg zu werten ist Auch vor allem da als Erfolg gewertet wird Also niemand will da das Rad zurückdrehen Auch nicht die konservativen Parteien Die eigentlich ursprünglich nicht für Legalisierung waren Niemand wird auf die Idee kommen zu sagen Wir verbieten jetzt Cannabis wieder Und zerstören den Markt wieder Und was eben sie auch beeindruckt hat Dass eben nach dem Ausweis gefragt wird In jeder Abgabestelle Sowohl in Kanada als auch in Kalifornien Kommen einfach keine Jugendlichen da rein Da wird nicht an Jugendliche verkauft In diesen Abgabestellen Ist natürlich auch ein Vorteil Dann sagt sie eben auch Speziell über Kanada Dass da eben ganz klar ist Es hat der Konsum nicht zugenommen Insbesondere nicht unter Jugendlichen Und jungen Erwachsenen Das Einzige, wo man ein bisschen was sieht Sind Männer im mittleren Alter Die von Alkohol aus umsteigen Ja, also auch die konsumieren Nicht einfach mehr obendrauf Sozusagen auf ihren Alkoholkonsum Sondern kompensieren das Und trinken dafür weniger Unterm Strich also sicherlich Keine zusätzliche Gesundheitsgefahr Die da stattfindet Ganz im Gegenteil Dann hat sie gesagt Also Kalifornien Da ist ja das ein bisschen Zu sehr supermarktig Ja, da ist das alles so Blinky Blinky In Verkaufsstellen Und ein bisschen Kommerzieller Touch irgendwie Und sie folgert eben heraus Dass bei Edibles Zum Beispiel Essbare Cannabis Produkte Die sollen auch zugelassen werden Will sie nicht verbieten Außer Gummibärchen Gummibärchen will sie nicht Wegen der Kindergefährdung irgendwie Aber sie fände es gut Wenn das dann in neutralen Verpackungen Verkauft wird Und eben nicht jetzt Alles vollgebombt wird Mit Werbung Den Flickenteppich kritisiert sie Denn Kalifornien Ja, stattfindet sozusagen Und plädiert für eine Bundesweit einheitliche Lösung Und da kommt auch Christine Lüttke ins Spiel Von der FDP Die einen Bericht geschrieben hat Wo sie das auch sagt Also Der Flickenteppich Ist keine gute Lösung In Kalifornien Kann jede Stadt Kann jede Region Ihre eigenen Regeln machen Oder auch komplett Die Shops verbieten Und so weiter Und das ist total unübersichtlich Kein Mensch weiß am Ende mehr Wo welche Regeln gelten Deswegen bundesweit einheitliche Lösungen Da sind sich die beiden einig Und manche befürchten ja zum Beispiel auch Dass im Bundesrat sozusagen Das durchgebracht werden soll Indem der CDU Die Möglichkeit gegeben wird Ihr eigenes Süppchen zu kochen In den Bundesländern In denen sie regiert Ja meinetwegen Bayern Kann halt Den Ausschluss machen davon Und keine Cannabisgeschäfte zulassen Oder so ja Beide Politikerinnen sagen hier Das ist keine Option Ja so ein unübersichtlicher Flickenteppich wollen wir nicht haben Und das sehen wir natürlich auch so Ja können wir nicht gebrauchen Bundesweit einheitliche Gesetzliche Regelung Ist angesagt Christine Lüttke Sagt ansonsten noch Dass die Anlaufschwierigkeiten In Kanada Daran lägen Dass das zu staatlich Organisiert war Manche Provinzen haben ja Tatsächlich auch den Verkauf Komplett staatlich organisiert Also sind selbst Händler Ja wie man so sagt Der Staat wird zum Dealer Gibt es da tatsächlich Aber nicht überall Und sie sagt auf jeden Fall Das geht gar nicht Wir brauchen eine starke Wirtschaftliche Dynamik Ganz viele Unternehmen Die sich da eben Beteiligen dürfen Sollen Dürfen können Sollen wie auch immer Ja ganz viele Läden Auch Apotheken Bringt es ja immer wieder ins Spiel Also klassischer FDP-Ansatz Ja ganz viel Freie Wirtschaft Wollen sie da am Start haben Und ganz anders jetzt wiederum Stefan Pilsinger Von der CSU Der hat jetzt Keinen großartigen Bericht Geschrieben Sondern hat durch Sein Handeln Gezeigt was er Von der ganzen Angelegenheit Hält Nämlich durch Eine Anfrage An einen wissenschaftlichen Dienst des Bundestages Da hatte ich schon Darüber berichtet Der dann eben gesagt hat Ja die Legalisierung Verstößt gegen EU-Recht Wer das noch mal Genauer hören will Guckt die letzten News an Aber Pilsinger Bleibt halt seinem Namen Macht seinem Namen Alle Ehre Und hat das voll ausgeschlachtet Gegen die Legalisierung Ja und sagt Geht sowieso alles nicht Ich wäre jetzt gespannt Wie das Gesetz aussieht Aber ja großer Legalist Freund Ist er auch nicht Von den beiden Frauen Die für die SPD Dabei waren Habe ich keine Berichte Gefunden Die Unsere bekannten Politiker kamen wegge Und Dirk Heidenblut Waren nicht mit dabei Es waren zwei andere SPD-Frauen Die in der Legalist Szene Im Prinzip völlig unbekannt Sind Und von denen habe ich auch Nichts gefunden Aber Der Ates Gürpina Von den Linken Der hat zwei Berichte geschrieben Also ein Bericht in zwei Teilen Einmal Kanada Einmal Kalifornien Und hat vor allen Dingen Beschrieben Was für eine Situation Er da so vorgefunden hat Aber ansonsten Bleibt er natürlich Für Legalisierung Mit ein bisschen Linkem Kapitalismus Kritischen Touch Zu viel Profitgier Will er nicht haben Da Aber er sagt eben auch Nicht wie früher Die Linken Wir brauchen eigentlich nur Anbauclubs und Eigenanbau Und keine Läden Ja da sagt er auch Da ist er skeptisch Ob man damit wirklich Jeden Bedarf decken kann Naja Also auch da wieder Wie man sich das so denkt Wie ein Linker Das Ganze Einschätzen würde Und er hat als einziger Die Forderung nochmal vorgebracht Die Konsumenten So schnell wie möglich Zu entkriminalisieren Eben auch vorgezogen Jetzt sofort Um dann in Ruhe Über die ganzen Details Der Legalisierung Nachzudenken Zum Thema Führerschein Ich persönlich Hab ja Führerschein Woche gehabt Diese Woche War auf zwei Veranstaltungen Fast drei ganze Arbeitstage Bei draufgegangen Unter anderem Weil ich dafür auch Nach Hannover gereist bin Weil mich da die Verkehrswacht Niedersachsen e.V. Auf ein Podium geladen hat Und ich muss sagen Das war eine ernsthafte Offene Diskussion Da hat man verstanden Da passiert jetzt was In seinem Cannabis Die Legalisierung Wird angekündigt Soll kommen Da muss man sich Auf Verkehrsrecht Irgendwie drauf Einstellen Ja muss irgendwie Was verändern Auch an den ganzen Regularien Und dann letztendlich Eben auch Cannabis Ähnlich behandeln Wie Alkohol Vielleicht noch ein Interessanter Hinweis Für die ganz harten Nerds Hier Die Einladung Kam von Kirsten Lühmann Die jetzt Vorsitzende Dieser Verkehrswacht Niedersachsen e.V. Ist Aber bis zur letzten Legislaturperiode Also bis Herbst War sie Abgeordnete im Bundestag Für die SPD Und im Verkehrsausschuss Und da hatten wir So einen kleinen Disput Vor einem Jahr Weil in der Anhörung Im Gesundheitsausschuss Im Verkehrsausschuss Hatte sie gesagt Auf meinem Statement hin Es gibt überhaupt Keine Urinkontrollen Am Straßenrand Die Polizei geht immer Irgendwie mit denen Auf die Wache Und da auf Toilette Und nicht irgendwo Am Busch oder so Und da habe ich Ein extra Video Daraus gemacht Aus dem Thema Und wir haben 5000 Kommentare Mit Erfahrungsberichten Gekriegt von Leuten Die eben doch Am Straßenrand Pinkeln mussten und so Naja und jetzt Habe ich sie wieder getroffen Sie hat mich eingeladen Eben auf dieses Podium Als jetzt Chefin Der Verkehrswacht Niedersachsen Hat es mir nicht übel genommen Habe nochmal über die Sache Geredet Also sie hat es auch mitbekommen Hat auch die ganzen Kommentare Gelesen Ja und Fand das durchaus Einen guten Beitrag Zur Debatte Also man kann auch mal Kritik üben Ohne das gleich irgendwie Die alle Brücken Zerstört sind Oder so Ganz anders sah die Sache aus Beim TÜV Da war ich jetzt auch Zwei Tage Auf der Konferenz Beziehungsweise am ersten Abend Bei der Podiumsdiskussion Am nächsten Tag Nochmal Workshop Und der TÜV Und seine Freunde Sozusagen Die hadern doch noch Ganz arg mit der Legalisierung An sich Und wollen das grundsätzlich Alles gar nicht Und eigentlich wollen sie auch Keine Veränderung Im Verkehrsrecht Also das Ganze macht Ehr einen Eindruck Wie so ein Abwehrkampf Und das zeigt sich symbolisch Auch daran Dass Rainer Wendt Auf dem Podium war Ja der bekannte Polizeigewerkschaftsvertreter Der hart Richtung Populismus Häufig argumentiert Also demagogische Argumente Da gebracht hat Oder gar keine Argumente Sondern irgendwelche Blendgranaten sozusagen Wie man das gewöhnt ist Von ihm ehrlich gesagt Ist ja auch jemand Der zum Beispiel Ganz am rechten Rand Der Union sozusagen Sympathisiert Also auf jeden Fall Eine fragwürdige Person Ja wo viele Organisationen Gar nicht erst auf die Idee Gekommen werden Den überhaupt einzuladen Meiner Meinung nach Ja glaube ich jedenfalls Und der hat natürlich Ganz hart gegen Legalisierung Geprügelt sozusagen Wie er das immer so macht Mit fadenscheinigen Argumenten Rainer Wendt ist auch die Person Die gesagt hat Wir kriegen holländische Verhältnisse Wenn wir Cannabis legalisieren Mit Bannen kriegen und so Ja Quatsch So was bringt der Im laufenden Band Hat auch jede Menge Applaus gekriegt Da vor Ort Also mehr als alle anderen Oder der Einzige Überhaupt Applaus hatte Die TÜV-Veranstaltung War in Rainer Wendt Wendt Fanclub sozusagen Und ja so ging das auch Mit ein paar anderen Referenten Die jetzt nicht gerade Als die großen Reformer Anzusehen waren Sondern eher die Die sagen Ja lass mal erstmal Bei einem Nanogramm bleiben Im Gegensatz Zur anderen Hälfte Der Toxikologen Und so weiter Der Grenzwertkommission Die eben konkret Den Vorschlag gemacht haben 3,5 Nanogramm Die konnten sich damit Nicht durchsetzen letztendlich Aber auf der Veranstaltung Hier War die Ein-Nanogramm-Fraktion Keine Veränderung Erstmal Wobei auch da Muss ich sagen Tun sich mittlerweile Diskussionen auf Die vielleicht auch Unabhängig von diesem Ganz konkreten Grenzwert Für die Definition Einer Drogenfahrt Doch auch Diskussionsbereitschaft Zeigt Wie jetzt Zum Beispiel Die Regeln sind Wann muss jemand Zur MPU Was ist Inhalt Der MPU Was wird da noch Toleriert Und was nicht Und wann wird den Leuten Fehlendes Trennungsvermögen Ganz grundsätzlich Unterstellt Und der Führerschein Endgültig entzogen Da sieht man doch Durchaus auch ein Dass das jetzt Völkommen ungerecht Ist Ungerechtfertigt Gegenüber Dem Vorgehen Bei Alkohol Warum macht der TÜV Das Ganze jetzt überhaupt Warum macht der Eine Veranstaltung Zum Thema MPU Da kann man sich Natürlich jetzt fragen Manche denken TÜV Die machen halt Technische Überprüfungen Von Staudämmen In Brasilien Und von Autos In Deutschland Aber die machen Auch MPU Vorbereitungen Also medizinisch Psychologische Untersuchungen Also die Untersuchungen Selbst Und die Vorbereitungen Dafür Die ja recht teuer Sind beide Wie man weiß Wenn man jedenfalls Die davon betroffen waren Mal Und das Publikum Bestand dann Entsprechend auch Überwiegend Aus Verkehrspsychologen Die mit MPUs Ihr Geld verdienen Insofern ist es auch Kein Wunder Dass die nicht interessiert Sind an einer Veränderung Weil zum Beispiel Ein höherer Grenzwert Von 3,5 Nanogramm Und eine Veränderung Der Regel Dass nicht sofort Beim ersten Verstoß Ein Cannabiskonsument Sofort zur MPU muss Muss ja bei Alkohol Auch nicht Dann würden die also Umsatz verlieren Sozusagen Der TÜV weiß natürlich Diesen Vorwurf Der MPU Mafia Die dann gerne Gleich kommt Weit von sich Und sagt Geht ausschließlich Um Verkehrssicherheit Bei uns hier Wir halten das einfach Für richtig Wie das jetzt läuft Mögen die Vielleicht selber Sogar auch Daran glauben Und so weiter Aber Fakt bleibt Auf jeden Fall Dass der TÜV Eine Menge Umsatz Verlieren wird Wenn diese Regeln Sich ändern Und Cannabis Angeglichen werden Was bedeutet Das Ganze Jetzt Nun Ihr wollt Jetzt wissen Verändert sich Da jetzt endlich Was beim Führerschein Oder nicht Ja Was soll Mit den ganzen Veranstaltungen Da soll sie mal Machen Klar Das ist natürlich Was mit Verkehrssicherheit Zu tun Nicht mal handelt Der Verkehrsausschuss Der war auch Ja steigen Wenn so ein Tabak Nicht zwingend Schrieben Was denn mit den Nicht blühenden Pflanzen ist Wahrscheinlich Keine Begrenzung Wir haben jetzt bei uns Zehn Drinstehen Wenn die Politik Denn unbedingt Überhaupt Eine Begrenzung Will Ja wir brauchen Die nicht zwingend Aber Zehn dürfen Das schon sein Die sagen jetzt Sechs Aber alles Was darüber geht Über die sechs Pflanzen Sagen sie Soll gewerblich Behandelt werden Also dann wirklich Richtig mit Lizenz Und einem Schnickschnack Irgendwie Wie eben jemand Der gewerblich Cannabis anbauen Will dann demnächst Die Ernte soll Entsprechend gelagert Werden dürfen Logischerweise Zu Hause Ohne dass eine Konkrete Obergrenze Genannt wird Das ist auch Wie bei uns Was ein guter Punkt ist Ja der Bei uns noch nicht Drinsteht Ist das Angebot Zum Drugchecking Sozusagen für Cannabis In dem Sinne Dass die Leute Aus Eigenanbau Ihre Ware Oder das was sie Da produziert haben Selber mal einschicken können Und mal rausfinden können Wie viel THC Hatten das jetzt eigentlich Wie viel CBD Das ist sicherlich das Was die Leute Am ehesten Erstmal wissen wollen Aber auch nochmal Gucken ob da Vielleicht irgendwie Fehler beim Düngen Gemacht worden sind Oder irgendwie Irgendwelche Schädlingsbekämpfungsmittel Da noch drauf sind Die man vielleicht Benutzt hat Oder so Dass man da eben Auch nochmal ein bisschen Feedback kriegt Ob man das Alles richtig gemacht hat Das ist auf sicher Keine schlechte Sache Dann sagen sie noch Ein bisschen Wahrscheinlich Mehr diskussionswürdig Dass ein Sachkundenachweis Ein Cannabis Geborgerschein Möglicherweise sinnvoll ist Das soll geprüft werden Und ich könnte mir vorstellen Dass zumindest wenn das Zwingend sein soll Für alle die Eigenanbau machen wollen Auf keine große Gegenliebe stößt In der Szene sozusagen Und das halte ich Jetzt auch nicht Unbedingt für nötig Aber ja Freiwillig natürlich Super Sache Ja das wird sowieso kommen Dann sagen die Der Verkauf von Samen und Stecklingen Soll über den Lizenzierten Cannabis Fachhandel Stattfinden Da haben wir gesagt Growshops Sollten das auch Tun dürfen Ja die jetzt ja schon Seit vielen Jahren Mittlerweile teilweise Zubehör Pflanzenanbau Zubehör verkaufen Und sich auch mit Cannabis Anbau Auskennen Ja ich sehe jetzt nicht Warum die nicht Zubehör und auch Samen und Stecklinge Verkaufen dürfen Sollten Und natürlich die Lizenzierten Geschäfte Und die Growshops Auch nur dann Wenn sie keine Jugendlichen reinlassen Aber dann sehe ich nicht Warum man denen Den Teil des Geschäfts Wegnehmen sollte Oder sie da nicht Reinlassen sollte Dann Noch ein Vorschlag Der so ein bisschen Komisch ist Was jetzt wieder Diese Samen Und Pflanzen Zubehör angeht Dass man auch da So eine Extra Steuer machen könnte Die darüber hinaus geht Über normale Umsatzsteuer zum Beispiel Weil eben die Einkaufskosten für diese Sachen teilweise sehr Günstig sind Ja und hat der Staat Dann da Da kann man dem Staat Sozusagen nochmal Ein Leckerchen anbieten Und sagen hier Kannst du mal ein bisschen Mehr Steuern generieren Und ein bisschen mehr Steuern nehmen Das verkraften wir schon Als Branchenverband Also als Cannabiswirtschaft Ja das Kann man drüber reden Brauche ich jetzt nicht Unbedingt Ja das jetzt die Samen Und die irgendwelche Anbauzubehörer wird Aber okay Und sie sagen CSCs Also Cannabis Anbauclubs Soll es auch geben Schreiben dazu aber nicht viel Erwähnen dann nur kurz am Ende Ja so viel dazu Ich habe das verlinkt Wie immer Könnt ihr euch nochmal angucken Auch mit der Begründung Warum sie da Was wie machen wollen An sich Grundsätzlich eine gute Sache Sag ich mal Bis auf ein paar Details Wo wir etwas andere Vorschläge gemacht haben Aber zumindest Sind wir uns da einig Mit dem Branchenverband Wohin grob die Reise gehen soll Und natürlich Eigenanbau kommen soll So Jetzt mein Lieblingsthema Der Woche Unglaubliches Thema eigentlich Die Polizei in NRW Hat gleich zweimal Mit spektakulärem Blödsinn Irgendwie für Schlagzeilen Gesorgt Und für Aufsehen Irgendwie Und zwar ganz konkret Ein LKA Dezernatsleiter und Experte Für Rauschgiftkriminalität Colin Mierenz Er ist wirklich ein super Experte Das ist faszinierend Da hat die WAZ Die das Ganze aufgebrüht hat Eine extra Pressemitteilung Sogar rausgegeben Über das Was der Typ da erzählt hat Und unter anderem Macht er sich Sorgen Um den Stromverbrauch Wenn man Cannabis legalisiert Ja ich zitiere mal Die Cannabis Produktion Verschlingt riesige Strom Und Wasserressourcen Der Staat wird nicht in der Lage sein So große Anbauflächen Zu unterhalten Und die Energie Zur Verfügung zu stellen Deswegen Ja Gegen Legalisierung Weil Bei dem hohen Stromverbrauch Das geht gar nicht Also für Strom haben wir gar nicht Müssen wir am Ende noch Putin fragen Ob der uns ein bisschen Gas gibt noch Oder Atomkraftwerke länger laufen lassen Oder was geht alles nicht Also das ist der größte Humbug aller Zeiten Der Strom wird natürlich auch jetzt schon verbraucht Für das, was wir in Deutschland hier so wegmachen Ja An Blüten Und die Prohibition hat ja überhaupt erst dafür gesorgt Dass das ganze Zeug unter Lampen angebaut wird Mit so einem hohen Stromverbrauch Ja Das wird tatsächlich ein Problem Aber das war ja nicht immer so Ja Also der Mensch kifft schon seit Jahrtausenden sozusagen Und hat auch schon Hanf angebaut seit Jahrtausenden Also sogar schon bevor es überhaupt Strom gab Gab es schon Pflanzen Hanf ist eine Pflanze Ja Dessen Blüten man raucht Man kann das überall anbauen Dann wächst es einfach irgendwo Ja Wenn man da Samen austrägt So Und dass das ganze unter Lampen stattfindet Ist ja noch gar nicht so lange her Das ist ja erst durch das Verbot entstanden Weil dann Dadurch die Züchter Überhaupt erst in die Keller gegangen sind Und sich was anderes überlegen mussten Als das einfach irgendwo draußen anzubauen Und dadurch sind natürlich dann auch Mit der ganzen Optimierung auf kleiner Fläche Eben auch die THC-Werte nach oben gegangen und so weiter Weil dann will man natürlich auch Wenn man so jede Pflanze einzeln hegt Und pflegt irgendwo im Keller Dann will man ordentlich was rausholen Also Prohibition ist verantwortlich Für diesen ganzen hohen Stromverbrauch Den wir jetzt haben Bei der Cannabis-Produktion Die ja auch jetzt stattfindet nach wie vor logischerweise Ja Die ganzen Tonnen Cannabis müssen irgendwo herkommen Und insbesondere beim Gras Ist das eben überwiegend Indoor-Anbau Unter Lampen Wegen der Prohibition Also der Herr Super-Experte Nie Renz Sollte sofort den Vorschlag machen Cannabis zu legalisieren Und den Anbau so zu regeln Dass er eben nicht komplett Indoor stattfindet Sondern in Gewächshäusern Und möglichst auch ein ordentlicher Teil Outdoor Komplett ohne Lampen Und ohne Stromverbrauch Ja Dann haben wir einen Riesengewinn Für die Umwelt Und haben was gemacht Gegen Putin Auch super So Dann geht das weiter hier Sagt er nämlich dann auch noch Noch so ein super Brain Ergebnis hier Zudem werde der Erwerb aus staatlichen Quellen Regeln unterworfen sein Guck an Vor allem beim Preis Und beim Wirkstoffgehalt Ich gehe davon aus Dass 500 Meter weiter Dann die Kriminellen stehen Und Cannabis mit höherem Wirkstoffgehalt Billiger anbieten Das wird Unsummen in die Kassen der Kriminellen spülen Sagt Nie Renz Also das ist echt nicht zu fassen Da ergeht Also wir meinen Der Marktanteil wird ja geringer Irgendwer wird schon im legalen Shop kaufen Ja Und Bloß weil dann immer noch Ein bisschen Marktanteil übrig bleibt Und es ist noch gar nicht gesagt Wie jetzt der Preis definiert wird Die Politik weiß das ja Die werden die Steuern nicht so hoch setzen Dass das jetzt irgendwie Fürstlich teuer wird Ja Genau das wollen sie ja vermeiden Diesen Effekt hier Und auch den Wirkstoffgehalt Wird man wohl jetzt doch nicht begrenzen wollen Das sagen ja quasi die Politiker alle Aber man selbst angenommen Das wäre so Ja Dann würden ja trotzdem viele in den Shop gehen Und ein paar würden noch bei den Kriminellen kaufen Um die Ecke Aber eben nur noch Was weiß ich Wenn der Super Nierenstar Die Super Prognose macht Vielleicht sogar noch 80% Aber dann machen die doch 20% Weniger Umsatz Und wenn er sagt Die bieten das billiger an Ja Dann müssen die in den Preiskampf gehen Das heißt Die müssen ihre Preise reduzieren Und dann verdienen die weniger als jetzt Ja Also es ist überhaupt natürlich Legalisierung Kriminelle Mehr Geld verdienen als vorher Ist kompletter Humbug Ja Also das muss man echt nochmal so sagen Das ist wirklich Quatsch Völliger Blödsinn Was der Kollege da erzählt Und dann geht das jetzt nochmal weiter Nämlich dann mit dem Thema Drogentod in NRW NRW hat einen starken Anstieg gehabt Bei Drogentoten Ich nehme an Zusammen mit Corona Oder was weiß ich Ja Egal Auf jeden Fall Der Punkt ist Wieder Super Experte Colin Nierenz Der dann Warnt Dass der Wirkstoffgehalt Der Drogen Generell Stark erhöht wäre Und die Substanzen Viel gefährlicher werden Das ist eine Antwort darauf Dass es mehr Drogentode gibt Und dann fängt er wieder an Auf Cannabis rumzureiten Und sagt Eben da Der Wirkstoffgehalt Total gestiegen ist Ja und heute teilweise Mehr als 40% hat Und so weiter Und der Konsum Dieser Produkte Führt zu massiven Schädigungen des Gehirns Also und dann Ich weiß nicht Denkt ja vielleicht Ob man stirbt da dran Keine Ahnung Aber massive Schädigungen Des Gehirns Das ist auch schon mal Quatsch Egal wie viel THC da drin ist Es gibt keine massiven Gehirnschädigungen Durch Cannabis Es gibt Forscher Die sagen Man kann das irgendwie messen Ja An der Menge Der grauen Hirnsubstanz Oder was Aber das jetzt da Irgendwie massive Einbursen Riesige Einbursen Im IQ jetzt da stattfinden Oder so Oder irgendwas anderes Im Hirn kaputt geht Ja Das ist einfach Quatsch Und sterben Tutscht mal gar keiner dran Überhaupt Der Zusammenhang Bei Drogentoten In NRW Stark steigende Zahlen An Drogentoten Überhaupt Das Wort Cannabis In den Mund zu nehmen Ist völliger Humbug Es gibt keine Cannabis-Toten Ja So das ist wirklich irre Die Schlagzeile Zu dem Ganzen war Mehr Tote Riskanter Warte Ich kann meine eigene Schrift Nicht lesen Riskanter Anstieg Oder was Auf jeden Fall NRW hat massives Drogenproblem NRW hat massives Drogenproblem Das war die Überschrift Ja Und ich glaube eher Die NRW hat ein Problem Mit seiner Polizei Jedenfalls mit dem Polizisten Colin Dingens Und der sollte vielleicht Mal einen Maulkorb kriegen Das erinnert mich nämlich An die Geschichte mit Hubert Wimber Als er noch Polizeipräsident In Münster war Und sich für Legalisierung Ausgesprochen hat Und da schon mir geantwortet hat Damals Ja da war ich ganz stolz Polizeipräsidentin Aus Münster Hat meinen Brief Beantwortet und gesagt Ja Leon Fossman Against Prohibition Ist eine gute Idee Ja das hatte ich Ja das hatte ich damals vorgeschlagen Ja irgendwie Alle Bewerber abgeschreckt werden Die irgendwie einigermaßen Schlau sind Und denken Was ist denn das für ein Verein da Da hat man sagt Herr Nierenz Darf jetzt mal nichts mehr sagen Zum Thema Cannabis Um eben diesen Schaden Um eben diesen Schaden abzuwenden Ja aber das wird nicht passieren Nämlich an Weil Oberboss der Polizei In NRW Ist Innenminister Herbert Reul Von der CDU Weil zu wenig Leute zur Wahl gegangen sind Um die CDU in NRW Aus der Landesregierung Zu werfen Es hat immer noch Der Reul Ja und das ist genau Sein Niveau Im Kampf gegen das Böse Und er findet Bestimmt auch die Aussagen Dieses Polizisten Gut Hauptsache gegen Cannabis Ja egal Was für unsinnige Argumente Dahinter stecken Also auch mit Hirnproblemen Gern gesehen Bei Herrn Reul Nämlich an Maulkorb Wird nichts So jetzt habe ich noch Einen Haufen Kleine kurze Themen Wo ich gar nichts weiter Aufgeschrieben habe Aber erwähnenswert Finde ich die dann schon Besonders das erste Wieder über den Tellerrand Des Cannabis hinausgeschaut Und Richtung Drogenprohibitionsschäden Insgesamt Ein unglaublicher Vorgang Es gab wohl Anschlag Einen Anschlagsversuch Auf den Belgischen Justizminister Der in letzter Zeit Stark gekämpft hat Gegen organisierte Kriminalität Auch Drogenkriminalität Die ja insbesondere Damit zu tun hat In Belgien Und den Niederlanden Nicht mit Cannabis Wie Rainer Wendt immer erzählt Ja von wegen Wegen der Coffeeshops Da haben wir da so viele Harte Bannen Sondern weil die Internationale Handelsdrehscheibe Sind Immer schon Waren Und eben insbesondere Auch für Kokain Wo riesige Gewinnspannen Gemacht werden Und da kommt halt Das meiste Rheinland Nach Europa kommt Und ja Die erschießen sich da Alle gegenseitig Diese Gangleute Irgendwie und so Und da hat er mal Ein bisschen aufräumen wollen Der Justizminister Und jetzt in seiner Straße Ein Auto gefunden Mit einer Kalaschikow drin Die Täter sind wohl Beobachtet worden Die da irgendwie Auf ihn losgehen wollten War auch die Rede davon Dass der Ein Entführungsversuch Anstand Ja da gab es Irgendwelche Informationen Aus der Unterwelt Und jetzt der Erstmal untergetaucht Der Justizminister Mit seiner Familie Schwer bewacht Von irgendwelchen Soldaten Will natürlich weiter kämpfen Gegen diese Bannen Und so weiter Aber das ist ein Problem Wo man wieder sieht Nicht nur in Mexiko Führt der Krieg Gegen Drogen Dazu Dass ganze Staaten Im Prinzip In ihrer Grundfeste Erschüttert werden Dass Demokratie Gefährdet ist Einfach dadurch Dass sich Kriminelle Dumm und dämlich verdienen Weil Drogenprohibition Am Start ist Ja Alles Gute Für den Justizminister In Belgien Hoffentlich passiert da nichts Nächster Punkt Kiffen gegen Übergewicht Wieder einmal eine Studie Die rausgefunden hat Oder die anzeigt Dass der Konsum von Cannabis Bei Erwachsenen Damit einhergeht Dass sie unterm Strich Über den ganzen US-Staat Gesehen sozusagen Weniger Zu Übergewicht neigen Das deckt sich auch Mit früheren Studien Zu dem Thema Auch in Bezug Auf Zuckerkrankheit Die weniger häufig Also Diabetes Taucht weniger häufig auf Bei Cannabiskonsumenten Und auch Übergewicht Taucht weniger häufig auf Dachte ich Das ist nochmal erwähnenswert Weil eben auch Dieser Fressflash Bei Cannabis Ja irgendwie bekannt ist Manche denken Da wird man vielleicht dick von Aber auf Dauer Ist das eben nicht so Sondern die Leute Haben eher Weniger Übergewicht Und bewegen sich auch mehr Das ist jetzt die Frage Was zuerst kommt natürlich Rauchen die Leute Vielleicht eher Cannabis Die weniger dick sind Oder so Oder ist das eher umgekehrt Da kommt das durch Das Cannabis Dass man sich mehr bewegt Und weniger ist Auf jeden Fall Ist ein Zusammenhang da Österreich Kleiner Hinweis Auch da Haben wir Letzte Woche Eine Diskussion Über THC-Werte Im Straßenverkehr gesehen Oder einen Grenzwert eben Ab dem eine Drogenfahrt Angenommen wird Gibt es so in Österreich Offensichtlich bisher nicht Und die grüne Verkehrsministerin Wollte das mal anregen Hat mal gesagt Okay guck mal hier Nachbarländer Deutschland Ein Landung Super Immerhin Ja irgendwie Das gibt es Noch nicht mal den Gibt es in Österreich Und verwies eben Auch auf andere Länder Die höhere Werte haben Und wollte das Thema Mal angehen Und der Innenminister Von der ÖVP Hat aber sofort Dagegen geschossen Und haben sofort In der Koalition Das wieder beerdigt Weil klar war Gibt keine Mehrheit Für und so Hat die Grüne Mal das Thema Mal angerissen Mal ein Spiel gebracht Scheinbar ist die Zeit Noch nicht reif In Österreich dafür Man will auch sonst Keine Fortschritte machen Beim Thema Cannabis Von daher bleibt nur Von hier aus Daumen zu drücken Und Erfolg zu wünschen Dabei Richtung Österreich Ja das hat auch bei euch Dann irgendwann doch Mal ernsthaft diskutiert Wird alles Und zum Schluss Aus Kanada Kommt nochmal die Nachricht Neue Daten Zum Thema Wie ist das eigentlich Mit dem Eigenanbau Haben wir das auch nochmal Wie eben bei den Vorschlägen vom BVCW Und für die Frage Gerade Branchenverband Cannabis Wirtschaft Wie viel Angst Müssen die eigentlich haben Vor Eigenanbau Wie viele Leute Machen das denn jetzt Letztendlich Wie viele Mark Bleiben da noch eigentlich Übrig für Commerz Und für Gewinne Und so weiter Und in Kanada Ist wohl so Dass jeder Zehnte Irgendwie In den Eigenanbau Involviert ist Also Darf man halt da Und machen Tatsächlich viele Immerhin Jeder Zehnte Konsument Baut sich schon mal Selbst ein Pflänzchen an Aber Eben auch nicht Den kompletten Bedarf Viele machen das So nebenbei Gehen trotzdem In den Laden Einkaufen In die Fachgeschäfte Und ziehen sich halt Ein paar Pflänzchen Nebenbei Muss man aber auch Dazu sagen Die die das machen Wahrscheinlich Also ich habe jetzt Nicht die ganze Studie Von oben bis unten Durchgelesen Aber eher die Den Eigenanbau betreiben Die mehr konsumieren Im Schnitt Auch aus finanziellen Gründen Damit man nicht Für jedes Gramm Da irgendwie Ein Zehner bezahlt Das ist auf Dauer Dann doch auch preiswerter Insofern Kann durchaus sein Auch wenn nicht Alle Konsumenten Ihren kompletten Bedarf Damit decken Dass der Marktanteil Insgesamt Den die sozusagen Selbst produzieren Und nicht Aus dem kommerziellen System rauskommen Größer als 10% Ist aber egal Bleibt auf jeden Fall Genug übrig Zum Geld verdienen Also von daher Hat der BVCW auch recht Dass sich da keine Allzu großen Sorgen machen Ja die können trotzdem Noch wirtschaftlich agieren Und damit sind wir Bei den Terminen Gründungstreffen Der Ortsgruppe Würzburg Für die ganz Erstgucker Ja die jetzt sofort Um 16 Uhr 16 schafft man heute nicht Schafft man überhaupt Vor 19 Also angenommen Wir kommen 18.55 Hier raus Ja Dann habt ihr gerade Den Anfang verpasst Der Gründungsversammlung Der Ortsgruppe Würzburg 19 Uhr jedenfalls Wenn das noch passt Hier Freitag 19 Uhr Direkt nach Release Dieser News Geht zum Gründungstreffen Der Ortsgruppe in Würzburg Infos dazu Auf unserer Homepage Dann in Stuttgart Am 3. Oktober Die traditionelle Demonstration Tag der Deutschen Breitheit In Heidelberg Hybrid Teamsitzung Unsere Ortsgruppe Rhein-Neckar Also Hybrid Mit Online Und echt Gegenübersitzen Montag 3. Oktober Genau wie die Demo In Stuttgart Dann trifft sich Unsere Gruppe In Karlsruhe Online Am 6. Oktober Oldenburg Wir rum live Freitag 7. Oktober Dann nochmal Ein Infotisch In Heidelberg Der Ortsgruppe Samstag 8. Oktober Und ein Infostand In Oldenburg Am Samstag 8. Oktober Ebenfalls Das war's Und für alle die Die am Anfang Noch nicht eingeschaltet Haben Und gar nicht mitgekriegt Haben Dass ich gesagt habe Bitte liked Dieses Video Und abonniert Den Kanal Und so weiter Drückt die Glocke Das habe ich dann Hiermit nochmal Für die gemacht Und für die Die vergessen haben Am Anfang Gleich zu machen Obwohl ich gesagt habe Auch nochmal Like Abo Glocke Und damit Wünsche euch noch Einen schönen Tag Und einen geruhsamen Abend Und einen geruhsamen Abend Und einer geruhsamen Abend